Moin moin, mein Name ist Heinrich Salove, wir spielen Battlefield Gothic Armada 2 mit dem Chaos und diese verfickten Space Marines, oder Imperiale sind das hier glaube ich, nee nee nee, Mechanikum haben sich schon verbessert, da waren gerade hundert und paar zerquetschte, jetzt sind es vierhundert und paar zerquetschte jetzt müssen wir überlegen, ob wir das hinkriegen hier, mit 700 ach, gar nicht 700, der muss sich ja reparieren hier er hat kaum Truppen, man, kann ich da nicht, ah, jetzt würde ich gerne mal bezahlen mit Geld, kann ich den nicht irgendwie heile kaufen Schnellreparatur, ich glaube, das gab es in dieser, gibt es hier nicht, das war, wir haben, ich glaube, das eine habe ich bei Leichtgespieler, gab es das? ich glaube, bei Normal gibt es keine Schnellreparatur jetzt überlegen wir mal, was macht denn also wir müssen ja erstmal sowieso dann die Flotte zerstören, ohne da in diesen Wirkungsbereich zu kommen ich weiß nicht, Verteidigungsplattformen, was könnte man da sagen, sind 500 Punkte oder so ah, ich speichere mal nochmal schnell speichern und dann fliegen wir da mal volle Elle rein würde mich mal interessieren, mit wie vielen Punkten er diese Verteidigungsplattform anrechnet ja, 150 insgesamt dann haben wir immer noch fast 150 im Vorteil riskieren wir das, komm Einsatzbefehl ah warte mal flotte auswählen jawollo den kriege ich aha, so das ist das, was jetzt angreift ich nehme mal mit dich, dich, dich die nehmen wir auch noch ein Gruppzeug gut dann greifen wir mit 729 Punkten an das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen war das früher auch schon? dieser Einsatzbefehl ey, habe ich das echt immer übersehen und keiner hat es mir gesagt? dann habe ich ja immer umsonst geflucht scheiße peinlich ja, man lernt immer noch was dazu aber ich muss dazu sagen ich war auch nie der Hardcore Warhammer Gothic aber da man ja auch generell bei Warhammer immer seine Armeenlisten selber aufstellen kann wäre es echt scheiße wenn man es nicht selber machen kann so, haben wir jetzt schon die großen Kampfschiffe das ist mein Corny das ist irgendwas anderes und naja, auf den muss ich aber auch achten ey, die die Anführer brauchen dickere Schiffe das ist so naja übernehmen sie die Kontrolle über das Gebiet ja, das ist schon mal scheiße aber genau das Falsche ausgewählt machen wir mal wieder dasselbe die kleinen für hier jetzt müssen wir nur gucken ah, wo wird wohl die große Schlacht sein? eins werden sie ja gleich automatisch einnehmen scheiße, nein haben die jetzt schon zwei eingenommen dann kommen wir rum energie den anderen kleinen packen wir da auch schon mal hin und die vier großen müssen sich die Disse schnappen tierfeindliche Signale bisher hoffentlich alles kleinere Schiffe boah, der ist ja noch ewig weit weg da immer noch vier Signale das ist richtig sehr eins, zwei, drei drei, drei, drei da ist einer einer wird einzeln das ist schön ähm, ihr macht auch mal energie ich hoffe der eine greift jetzt hier ohne äh, uns an und äh genau ich dachte, die krachen schon zusammen ja, der eine kommt alleine das ist natürlich nur super für uns okay haben wir noch einen Geschwader zum Vorschicken ein feindlicher, oder? nee erstmal sichten bisschen kleiner so, dann kurze Distanz Feuer da kommt doch schon der nächste und Pause ihr habt es jetzt eingenommen das heißt ihr könnt ja auf lange Distanz vielleicht die die ein bisschen piesacken und wir versuchen die hier einzeln wegzukriegen okay kleine ist weg wunderbar dann auf den, ne? die kommen auf uns dazu hier aufs Ihmchen da Truppen rüber ist auch das größte Schiff von denen ne? beiden klein haben Spaß okay und rüber der soll doch bald verrecken hier, oder? okay Truppen rüber er muss doch mal verrecken verdammt ihr auf Ihmchen da der nervt gut dann auf den Kleinen hier naja schade komm ich nicht hin okay ihr beiden nervt den da Bomber truppen 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 wo ist mein Kornschiff verdammte Axt truppen truppen ja die fühlen ganz schön hat er zu tun machen machen wir das einfach mal naja der eine springt noch weg so dann ist der nämlich gleich Geschichte ihr dürft auf den nerven er muss sterben da Meuterei super super jetzt gefällt es mir hier kriegen sie richtig schön einfach zack zack auf den da naja 50% das ist schon zu viel Meuterei schon mal gut aber die müssen sterben gut das machen die anderen ihr müsst da hin okay haben wir dann jetzt Attacke Scheiß drauf wir fliegen auch durchs Astroidenfeld das heißt Punkte einnehmen da jetzt mal Frontbewaffnung rankommen ihr könnt alle seitlich schießen auf 9000 erstmal so jetzt dürft ihr näher ran auf 4500 jetzt bitte auch näher ran auf 4500 habe ich doch seit ich den Beschuss aktiviert oder zur Zeit führen die immer noch so auf den nächsten wobei den klein würde ich sagen dahin auch mal aufhören zu schießen Energie damit wir vielleicht noch zwei Punkte den Feind nicht mehr überlassen hier Bomber geschwaden und so den Punkt bitte einnehmen ihr dürft nicht mehr automatisch schießen wir müssen weniger Punkte kriegen auf jeden Fall die Zeit kriegen die drei Punkte immer dazu pro Sekunde das muss ich jetzt ändern jetzt sind es zwei jetzt kriegen wir aber drei oder gut wunderbar kommt hier mal an Energie der kann schon nicht mehr so Attacke jetzt kriegen die hier nur noch ein Punkt dazu müssen wir trotzdem erstmal aufholen der Große fliegt ganz schön schnell Attacke so Bomber geschwader schon mal auf Nummer zwei so schicken wir da mal einen Blitzeinschlag rüber geht nicht schade da geht es hin schicken wir da Truppen rüber haben wir da noch was Truppen nicht den ganzen Tag seid hier jetzt haben wir es leicht überholt das ist vier Punkte pro Runde so so haben wir lief schon mal besser die Runde aber ich glaube sowieso bei dem Chaos sind die größeren Schiffe dann auch viel viel härter was den kurzreichen äh kurze Reichweite Beschuss angeht ich glaube so Lanzenwaffen waren sowieso nicht ihr Ding aber kann mich da auch irren mit den kleinen Escort Schiffen hat das mit der Distanz Beschuss besser geklappt fand ich oder sie sind nicht gestorben das hat mir schon gereicht sie haben ein bisschen genervt das lassen wir auch weiter so mit den großen gehen wir in den Nahkampf so auch befreit oh hier da gibt es fünf Punkte ich kann die nie aussprechen Snatch Sash ach egal ihr wisst welche wir meinen hier zack die freuen sich ein Appel und Ei so acht Systeme acht von acht hier kontrollieren wir 54 Punkte kriegen wir pro Runde dazu gibt es hier ein bisschen mehr Geld bitte 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 ne das kann es doch nicht sein wir brauchen einfach mehr Geld das Chaos braucht mehr Geld Money for das Chaos ja minimal die Korruption gestiegen wuhu gut dann geht es weiter jetzt müssen wir quasi die wieder reparieren und dann müssen wir quasi genau dahin wo er sich gerade verbessert sag gerade ja es brauchen wir zwei starke flocken quasi wie sieht es denn aus passt repariert der ist jeden einzelnen kämpfer 800 punkte kriegen wir hin 800 ja das kriegen wir hin auch 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 Außenposten bringt natürlich deutlich mehr Korruption ich glaube das Geld sparen wir auf für den Außenposten wir endlich mal einen Zug Ach, verfickte Elder. Alter, willst du einmal mal in Ruhe kämpfen, kommen die Elder schon wieder um die Ecke. Ah, der verbessert sich auch. Soll ich diese Mission schaffen? Verdammte Axt. 500 Punkte. Na, schön. Invasion abbrechen. Wie geht das denn? Verzögerung erhöhen. Invasion abbrechen. 5 Punkte. Es geht mittlerweile, wir haben aber 0. Aber das geht, das ist cool. Oh, diese kleinen Popelschiffe. Ich hasse sie. In 3 Runden. Na, der Verzögerung nur 1. Tja. Ich würde sagen, wir gehen straight unsere Mission weiter. Obwohl das hier schon Hardcore ist. The Skellis subsector is located to the galactic west of the Eye of Terror. Its capital planet, Skellis, is a feral world and was once the homeworld of the Sons of Malice. Once loyal space marines, they turned on the Imperium in the years leading to the 13th Black Crusade. The original name of the Sons of Malice has been lost to Imperial record, but it is speculated that they were one of the 20 chapters of the Astartes Prizes, a founding created with the express purpose of safeguarding the region surrounding the Eye of Terror. The cold and unforgiving wastes of Skellis provide the Sons of Malice no shortage of barbaric recruits. Indeed, the Sons foul religious practices trace their origins to those of the tribesmen from which they sprang. A scouring, conducted by the Cadian 331st, was thought to have ended these grisly traditions. Certainly the natives were thought exterminated and the Sons of Malice driven off. Ich überlege gerade, ob wir... But rumors have surfaced, suggesting that the world is not so empty as was believed. It would seem that the Sons of Malice still stake a claim to this miserable planet. They will surely do whatever they must to make it theirs once more. Hmm. Also wir können... Warte mal. Da fehlt noch einer. Da haben wir da quasi drei Punkte. Das heißt, danach könnten wir eine Runde wieder zurück und hier müssen wir irgendwie verzögern. Da muss ich leider Geld ausgeben und einen Minfeder hinlegen. Dann sind es in vier Runden. Das heißt, wir hauen den einen auf die Fresse, machen die Mission nicht, kommen zurück, ähm, hauen ihn auf die Fresse und dann können wir Glück haben, wenn wir diesen Punkt wieder freigeben, dass er hier eine Einheit von den beiden zurückschickt. Obwohl die Stationen brauchen auch schon tausend Punkte. Oh, das weiß ich ja jetzt schon. Die Stationen sind immer hardcore. Kann ich vielleicht noch kostenlos eine Flotte rekrutieren? Mit hier dem Malen der Chaosse. Nee, ich glaube, das kostet auch Geld. Oh, dieses scheiß Smartphone. Ich hau es gleich um die Ecke. Halt doch mal in die Fresse. Ah, die Blattbauleute wieder. Ja. Sehr gut, wenn ihr da irgendwas regelt. Ich bin jetzt hier in der Aufnahme. Fresse. So, äh, was wollte ich machen? Rekrutieren? 177 Talerchen. Ressourcen. Würde ich doch eher Nein sagen. Würde ich Nein sagen. Wir machen noch Plus. Nur Minimal. Zur Not kommen wir noch Verteidigungsplattformen rein für 100 Talerchen. Das Problem ist, wir kommen hier mit der Mission nicht weiter. Das ist scheiße. Ich hoffe, die Orcs greifen da vielleicht nochmal. Das wäre schick von den Orcs. Okay. Eigentlich sind wir eine doppelte Stärke, ne? Machen wir mal Autoschlag. Komm. Dann haben wir einen kleinen verloren. Einen nur. Ja, okay. Kann ich mit leben. Gibt es hier eine Runde mehr Geld? So, ach, 150 Taler wollten wir noch sparen für den Außenposten. Ach, den gehen wir mal in Nöbel. Jetzt müssen wir aber echt haushalten hier. 150, ja. Wollen wir das jetzt machen? Aber dann kann ich hier nichts machen. Wir lassen es nochmal. Wollen wir Zug beenden. Oh, das wird alles so knapp. Und die haben da eine Station zur Verteidigung. Oder ich gehe da nur rein und mache die Quest. Ja, da kommen die Nächsten. Toll, jetzt warte ich hier. Das erhöht so dermaßen die Bedrohungsstufen. Das glaubt ihr ja gar nicht. Auch 500 Punkte. Also auch nicht voll repariert. Das Schlimme ist ja, wenn wir kämpfen, haben wir ja keine Punkte mehr zum Wegspringen. Das heißt, wir können nicht einfach reinspringen, Mission machen und wieder rausspringen, oder? Ich bin mir da jetzt unsicher. Wir springen jetzt hier wieder zurück. Und wisst ihr was? Ich scheiße jetzt drauf. Wir geben jetzt das Geld hier aus. Ich bin aus dem Posten und es hat sich nichts geändert. Da hat sich doch gerade nichts geändert. Scheiße. Ach nee, 20 haben wir dazu gekriegt, vielleicht. Kann das sein? Das ist trotzdem zu wenig. Ja, jetzt haben sie noch Verteidigungsplattformen aufgestellt. Zur Mission kommen wir nicht mehr. Ja, Dringlichkeit. Die Kampagne ist gefährdet. Dazwischen jedem großen Ziel zu viel Zeit vergeht. Ja. Gib dem netten Chaos doch einfach mehr Geld. Dann wird das Ganze hier kein Problem. Das ist nur eine Geldfrage fürs Chaos. So, zwei Züge noch. Schicken sie schon mal dahin. Ach, das ist nicht wahr. Wir kriegen hier keine Ruhe in der Ecke. Mann. Vor allem tausend Punkte. Ich kriege kein Geld. Das ist mein Problem. Ich kann hier nichts ausbauen, aufrüsten. als Space Mewins lasse ich da machen, was sie wollen. Die kriege ich nicht aufgehalten, also. Wenn ich Glück habe, kann ich das hier noch halten. Tausend Punkte. Oh, ihr Scheiß Aldari. Kommt her. Ach komm, machen wir Autofights. immer wieder. The region of space, now known as the Eye of Terror, was once home to the Eldari Empire. A prideful, sensuous people, the Eldari realize too late the perils of excess. The fourth Chaos God, Slanish, was born from their debauchery. Its coming heralded by a psychic scream that shook real space to its foundations and devastated the Eldari. The Crone Worlds are all that remain of the Eldari's fallen domain. They are blighted planets, consumed by the spreading unreality of the Eye of Terror, and twisted to new and nightmarish realities. Though the Crone Worlds are overrun by the servants of the Dark Gods, the Eldari have not entirely abandoned them. They cannot, for only here can the treasured spirit stones be harvested, and thus the souls of the dying be saved from thirsting Slanish. Such expeditions are fraught with peril, for there are few more dangerous places amongst the stars. Many who seek the Crone Worlds do not return. The Eldari have never recovered from the horrors of the Fall. They are a fractured, dwindling population on the brink of extinction. Most dwell aboard star-treading craft worlds, honing their peerless minds along the disciplined paths in the hope of staving off the perils of decadence, and thus preventing a second, final catastrophe. But not all Eldari can bear the rigidity of craft world life. Some depart their homes, seeking adventure amongst the stars as corsairs. Such lives are fraught with danger, but are also rich with excitement. These outcasts can be found in every corner of the galaxy, blazing a brief but exhilarating trail before madness claims them. The Dracari, too, live outside the structures of the Eldari path. Corrupt and cruel, they keep Slanish at bay, not with discipline and spirit stones, but by feasting on the torment of others. Raiders, raiders, enslavers all, the Dracari are a blight upon the galaxy, as selfish as they are sadistic, as untrustworthy as they are cunning. But in recent days, the barriers between the Eldari factions have begun to crumble, with evermore gathering beneath the banner of one named Ivrein. These Inari keep their beliefs hidden, as hidden as their intentions. Should they be encountered on the battlefield, caution will serve you well. Tja, scheiß Eldari. Wobei ich sie immer gern spielen würde, selber, also... Gibt's bestimmt dann irgendwann auch demnächst mal als Add-on. Kein Schiff verloren. So, sie springen weg. Ich werd's versuchen, ist mir egal. Die werden da einfach hinspringen. Ah, fuck. Oh, dann müssen wir erstmal wieder die wieder töten. Das ist nicht leicht, als Chaos. Wenn wir die Missionen nicht schaffen, dann war's das. Der ist aber leicht beschädigt. Und der könnte noch ein Schiffchen gebrauchen. 170. Punkte haben wir. Kriegen wir dafür irgendwas? Hier, Mörder. Zack. Bestätigen. Dann haben wir jetzt 700 Punkte. Und... 700. Dann machen wir nächstes Mal die hier Platz. Dann zeige ich euch... Kämpfen wir wirklich mal gegen die Eldari. Ähm... Oh, der kann auch was kriegen. Der Van... Van Ost. Und der Van Ost kriegt, ähm... Ich hab'ne überhaupt für ein Schiff. Auch wieder so ein leichtes... Ich hab' das... So. Gut. Mal gucken, ob wir die, äh... Kampagne noch irgendwie zu retten kriegen. Weil es sieht ganz schlecht aus. Weil wie gesagt, wir müssen jetzt, ähm... Ähm... Erstmal den Elder töten. Eins... Eine Runde. Dann eine Runde warten zum Reparieren. Und dann, ja... Versuchen, das hier gestürmt zu kriegen. Dorsier. Und wir machen einfach die Mission von Dorsier und kriegen auf die Fresse. Müssen wir mal gucken. Wie wir das am klügsten anstellen. Aber wir müssen diese scheiß Mission machen. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Tipps kann ich auch gebrauchen. Und, ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.